bei den ganzen shops und alles dummer dran ob der nicht doch vielleicht so der ein oder andere was anbietet denke mal denke mal okay standard 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 schmäh sind wir da ja aber es ist von einem wert wieso nicht immer verkauft brauchen sowieso größere tisch aber durch dass ich dies doch wenn er davon meint und wenn man das natürlich klammer einsetzen sich oder leistungs angriff aber sowas von aber sowas von oder er kennt das ruhige büro stärker werden da aber wie bitte anscheinend doch nicht unendlich mit uns schwören könnte es ist vielleicht sogar auf level 100 machen können wo das wäre es gewesen das wäre richtig geil gleich so auf level 100 getrieben alles klar jeder geht nicht fräsen sorry wird es aber ehrlich gesagt ein bisschen interessieren das waren nicht so viele aber machen wir ja so ein zwanziger draus wo ich da eigentlich zu meinem pokémon wieder hinkommen aber ich glaube das wird das wird eh wahrscheinlich dort in dem einen eckerl da sein bei dem wo ich mal kurz dabei vorbeigegangen bin tauschbörse also doch ein bisschen so irgendwann funktionen schauen 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 ich würde gern meinen paren mit ihm zu weiter eins weiter zwei weiter hundert sagt man fix das team aber ich nehme halt gerne mal so aber nämlich gern mit nämlich wirklich sehr sehr gern mit interessant zu sehen sieht man da auch ob es vielleicht das hat perfektes pokémon vielleicht ein später geht also interessantes macht das ein oder andere pokémon tauschen muss er zum beispiel wie aber aber wenn es zum beispiel jetzt kann einfach hätte es das ist das ich glaube davon habe ich mehr als genug und ja das sicher das sollte ich definitiv mehr als genug haben mehr als für fünf ja ich glaube das hast du schon wo ist sie ist ja nur belehrer wano krägt